Ja man, rein, rein in den Schlitz, Bro. Ich mach keinen Stopp bei engen Schlitzen. Was geht meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cooper Country Co-op mit dem einzig wahren Topfpflanzen befriedigenden David. Was geht man? Ich befriedige Topfpflanzen und bin stolz drauf. Was geht? Lass uns ins Säurelevel marschieren. Wir laufen durch den frostigen Wriglerwald. Und es ist sehr erfolgreich. Die letzte Folge solltet ihr euch angucken. Äußerst empfehlenswert. Auch mal einigermaßen ansehnliches Gameplay. Der Hack scheint auch besser zu werden. Die Zeichen stehen sehr gut meine lieben Freunde. Oh ja. Stiftung Warentest mit einem Umlaut hat's geprüft. Empfehlenswert. Stiftdügen Warentest. Stiftdügen. Bro, Alter. Weiße Pockys sind auch neu. Es hat Style. Wo ist der Boden? Wo ist der? Ich springe immer ins Nichts. Okay. Der Boden ist Lava. Ah, pass auf. Das sind diese Baumstämme. Junge, wie du dir die Blase gezündet hast. Du hast immer so den Move gesehen. Nein. Okay, pass auf. Warte, warte. Stopp. Zusammen schaffen wir das. Ich schaff's auch alleine. Scheiß angeben. Okay, dann leg vor. Okay. Lol, ich dachte ich bin tot. Was ist das? Peace Witch. Aber warte, machen wir zusammen. Dann komm ich nicht ran. Warte. Moment, Moment. Okay, okay. Ich bin drin. Oh mein Gott. Und was jetzt? Achso. Dann kommt das Ding runter. Ja, so. Verständlich. Der ist da rüber gekippt. Ah, ich mach einfach den hier. Der kenn ich da. Der kenn ich keine Scheu. Wie Ritter. Den musst du mir erklären. Ja, weil Ritter mutig sind. Der ist stumpf. Wie ein Baum stumpf. Okay, warte. Nein, nein, nein. Nein, ich hab auf dich geguckt. Bro, pass auf. Bleib einfach stehen. Okay, ich bleib einfach stehen. In Ordnung? Okay, warte mal. Jetzt, jetzt komm her. Ja. Ey, was geht? Fährst du auch ein Kolon durch deine Gegend? Ja, und ich tippe in mein Samsung ein, was ich erlebe. Warte mal. Warte mal. Da könnte ein Item drin sein. Deswegen warte ich auf dich, Brüder. Aber es kann sein, dass ein Item zur linken Seite los muss. Komm. Nein, nimm es. Nimm es. Nein, Bro. Wir stehen das zusammen durch. Dein Power Up ist mein Power Up. Das hast du so... Oh! Das hast du süß gesagt. Jetzt rette ich deinen Hintern. Oh! Du hast mich noch gesaved. Letzte Amtszeit, die ich gemacht habe vor meinem Tod. Da habe ich nochmal mein Testament geschrieben. Na ja, das saved was, Bro. Gönn dir. Gönn dir. Ey, wir sind solche Bros. Das ist unfassbar. Es ist ja auch Super Mario Bros. 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 Da oben könnte was sein. Da oben könnte was sein. Ja, das sieht safe danach aus. Moment. Wir machen wieder den hier. Jetzt. Okay. Äh, okay. Warte. Vielleicht kann man... Ja. Ja. Oh mein Gott. Wie dick und Torf, Alter. Ja, okay. Dann wird da auch noch ein Block sein. Aber zuerst... Moment. Jetzt aber. Jetzt. Jetzt. Nein. 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 Wie so... 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 Dullis voreinander her. Hüpft. Und dann hier gegenseitig blockieren. Das ist auch ne Spalte. Ja, Mann. Rein in den Schlitz, Bro. Oh mein Gott. Ich mach keinen Stopp bei engen Schlitzen. Oh mein Gott. Ja... 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 Uh... Ich hab Bauchweh. Scheiße. Ha... So muss ich ein Tanzlehrer fühlen. Wenn man euer Kinder hat, mich ist gar nicht geschissen. Dafür brauchen wir zusammen zu kommen. Ja... Ja,... erst rechtem Fuß dann. Nicke, wo... ...oh Antes haben... ...öööö... ...oh mein Gott. Oh ich schwitze. Wie so ne Seerobbe. Oh mein Gott. Okay, da oben ist nichts. Nee, 100 Pro nicht. Erstmal Luft holen. Atmen. Jetzt langsam mal. Oh, da ist eine Lücke, Bro. Wollen wir da wieder reinspringen? Nicht in meine Richtung. Jetzt. Jetzt in die andere. Okay, weg damit. Weg damit. Wir werden immer besser Teamplay-technisch. Ja. Oh no. Die Tode sind so stumm. Die sind so stumm. Wir sterben einfach an Ordnung aus. Nein! Oh, ich muss überleben. Ich, 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 ich. Ich mache überleben, bis du da bist. Okay. Beeil dich, beeil dich. Ja, ich probiere es. Ja, nice. Okay, du Sackgesicht. Okay. Okay, der zieht auch mehrmals durch. Ja, das ist ein richtiger Mofo. Springt der nochmal? Ja. Nice. Nice, 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 nice. Oh Gott, Kanonenlevel. Ich erinnere mich ans letzte Mal. Beeil dich, bevor die jetzt wegschmelzen. Oh. Da kommt Mansch aus. Hier gibt es keine Starcoins, Bro. Hier ist Speed One. Mein Name ist Ronald. Ronald Weasley. Oh. Oh. Ich habe geguckt, wo du gestorben bist. Und dann habe ich mehr auf mich geguckt. Oh, was die Herbplatte ist heiß. Pff. Ey, das ist mir als Kind wirklich mal passiert. Weil ich wollte als Kind meiner Mutter nicht glauben, dass die Herbplatte immer noch heiß ist, wenn man sie ausmacht. Dann habe ich mit meiner bloßen Hand draufgepackt, zack, kranken aus. Das war bestimmt angenehm. Mein Sohn. Er aussieht mit was Großes. Ja. My mom sells them special. Okay, einer nach dem anderen. Okay, ich nehme auch mal einen. Oh, ich habe den Wrigler getötet. Oh, der Wrigler. No. Yo, Alter, das war sick. Eis ab. Lol, was? Okay, let's go. Ich glaube, einiges sollte man hier einen Pinguinanzug haben. Mario, not good. Bowser hat destroyed Yoshi's Island. This was just distraction. Hurry, take the cannon and take him out. We are counting on you. Fuck, man, er hat Yoshi's Island zerbombt. Ja, ist mir egal. Hauptsache Peach kommt am Ende zu mir. Wir suchen dir auch noch eine Freundin. Thank you, David! Yo, welcome. Oh, sheesh. Oh mein Gott. Kamek. Ein Kamek. Alter, deine Fresse. Ja, du, ich bin auf deiner Seite. Ich bin die Diskussion nur sehr lustig. Ich auch. Sehr amüsant. Die Leute nehmen die so scheiße ernst. Das ist so geil. Yo, die Mucke. Alter, die Mucke. Ich muss die leiser machen, sonst wird man nichts von dir verstehen. Yo, aber die Mucke ist geil. Geil. Das ist der Remix aus Mario 64. Yo! 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 Was war das, Alter? Bruder, Trump hat den roten Knopf gedrückt. Ja, er hat's getan. Warte mal, ich guck mal, ob ich den auslöse, wenn ich hier vorlaufe. Nee, ich glaub, da kommt keiner. Aber pass auf, wenn du den Rauch berührst, bist du instant tot. Aber die Mucke, die geht jetzt richtig ab. Die geht echt böse ab. Hä, wie kommt man da oben? Ah, stopp. Keine Münzen einsammeln und dann den P-Switch aktivieren. Oh, shit. Ich hab's verkackt. Nein, hast du dich! Nein, ich muss wirbeln! Wirbeln, wirbeln! Jawollo, jawollo! Oh no! Bro, diese Tode, ne? Okay. Nein! Du schaffst das, ich glaub an dich, Mann. Du bist raus! Ja, ja. Nee, Bro, ich mach das nicht ohne dich. Sehr, sehr, sehr cute. Okay, chill, chill, chill. Der kommt da, der kommt von unten, der kommt von unten, der kommt von unten, der kommt von unten. Hast du das gesehen? Alter, du bist Leben am Limit, oder was? Ja, Leben wie Larry. Du Hund hast beim Kumpel ein Item abgezogen. Es hat mir wehgetan. Oh no! Nein! Nein! Bruder, was ist denn das für Tode? Ich hab das Gefühl, hier wartet irgendwo einer. Da oben ist ne Röde. Und die kommen wieder hoch. Ja, warte mal, ich geh mal auf den Block drauf. Lol. Doch! Aha! Okay, warte. Hier muss ich jetzt wirbeln. Genau, was ist denn passiert? So ne Kacke. Okay. Alter, wir haben das. Dicke, wir sind so gut geworden. Lol. Absolut. Können wir da einfach runter? Warte, ich springe und gucke, was passiert. Warte, ich springe und gucke, was passiert. Easy. Cleared. Achso, Leute. Aber es ist einfach ein Moment. Warte mal, da sind Pfeile. Duck dich hier, der kommt gleich von drüben. Alter, die Musik. Du musst den locken. Lauf mal weiter vor, aber dann kommt's zurück. La, 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 la. Hallo? Lauf! Nein! Ah, lol, was? Hä? So, warte, stopp. Bevor wir jetzt vorlaufen. Okay, ich aktiviere den mal. Ja. Aha. Oh shit, warte. Ne, lock du, ich lock ihn, weil du stirbst. Ich, ich kann noch einen Treffer vertragen. Nein! Okay. Alles probiert, danke, Mann. Äh, stopp. Ich wollte grad sagen, wir müssen einen Rilbischsprung machen. Oh mein Gott. Lol, was? Ich mach das. Es kommen die ganze Zeit, glaube ich, welche. Oh, aber hier kann man sich ducken. Okay, okay. Oh mein Gott. Ich geh vor, du bleibst hier. Okay. Okay. Space safe. Äh, was geht hier ab? Ich hab kein gutes Gefühl. Ich hab, da passiert eine Scheiße. Ich hab's gehört. Okay, von oben. Ist der noch größer als die anderen? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich finde den auch sehr groß, ja. Okay. Können wir da rein? Das ist übrigens befriedigend. Irgendwie schon. Da kann man rein. Ja. Und wir dürften jetzt beim Endboss sein. Oh scheiße. Alter. Warum sind wir eigentlich immer klein, wenn wir beim Endboss sind? Damit's spannender wird. Das ist Morten. Ja, Mann. Okay. Pass auf, wenn der stampft, dann schießen, glaube ich, diese Säulen nach oben oder so. Seilisch. Ja, ah, okay, immer die rechts und links neben ihm. Wir werden zerquetscht. Ja. Okay. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Oh, du bist raus? Ja. Okay. Macht der, okay, der macht den. Junge, ist der fix unterwegs. Ich wette, wenn der aus der Shell rauskommt, macht der direkt einen Sprung. So, warte, es kriegt... Ich hab am meisten Angst, wenn er in der Shell drin ist. Tatsächlich. Ja, ja, absolut. Okay, warte. Nice. Oh, mein Headset. Okay, okay. Oh, mein Gott. Okay, man hat ein bisschen Zeit, bis die Säulen nach oben kommen. GG, Alter, GG. Was ein stylischer Schlüssel. Ja, Mann. Okay. Holy moly. Alter, geiler Part schon wieder. Holy shit, die letzten beiden Aufnahmen waren sick. Absolut. Freunde, wenn ihr das auch so seht, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da, aber einen ganz dicken. Und abonniert diesen und Davids Kanal, um nichts mehr von diesem legendär Rilden-Content zu verpassen. Wir sind die Rilden-Kerle, Freunde. Alles ist gut, solange ihr Rild bleibt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.